Für immer und weiss, du bist mein Fall. Niederrhein-Pokal. Los geht's, Dienstlaken hat Anstoß, erste Minute läuft. Da ist der Pfiff, jetzt wird der Freistoß getreten und landet im Tor. Das ist das 1 zu 0 für Essen. Torschütze ist, wer ist der Torschütze? Guten Hunger, Noel. Torschütze ist das Thomas Eisfeld gewesen. 1 zu 0, ich schätze, Thomas Eisfeld. Jetzt brilliert er erst gegen Münster und macht jetzt sogar auch noch im Dienstlaken. Funktioniert den Zustürmer rum, falls das jemand von RWE sieht? Genau, steht jetzt gerade 1 zu 0. Erik Wufak ist auch hier in der Aufstellung, hat jetzt natürlich noch nicht so oft gespielt. 1 zu 0 für RWE. In der, was war es? 18. Minute. 18 Minuten gespielt. Und jetzt die nächste Chance. Und direkt Doppelpack. Da konnte ich jetzt aber wirklich nicht sehen, wer es war. Wer wird beglückwünscht? Schau mal, wer gerade beglückwünscht wird. Und da gehen die Leute zu... Das war der Brune. Brune war das? Ja, Brune. Du kommst mit mir. Du hast direkt auf dem Washington. Der U19-Spieler. Okay, Brune, U19-Spieler hier von uns, hat wohl das Tor gemacht. Jetzt steht es direkt 2 zu 0 für den RWE. 2 zu 0 für RWE. Nach Toren von Brune, nicht Brumme. Und... Ja, jetzt sollen wir schnell hier durchspielen. Eventuell mal ein bisschen Platz da. Das könnte man doch nutzen, wenn man jetzt das nicht... Jetzt Schuss und Tor. 3 zu 0. Und das war jetzt Brunic diesmal. Brunic mit dem Tor. Brunic, der kann was. Jo Leute, willkommen zurück. So, jetzt nicht ein Angriff für Dienstlagen. Die Zebras führen angeblich, aber wie gesagt, ich kann das gar nicht verfolgen. Ich kann nur den Chat verfolgen. Den krieg ich nämlich eingeblendet. Auf Google steht, das Ergebnis wird erst nach dem Frühjahr. Bei Google, ja. Aber vielleicht gibt es über MSV-Forum oder so. Tor! Das war Jan Friesner. Das fand ich schon immer gut. Und den jungen Dabro, wenn du das siehst, Dabro, den kannst du auch mal in der Liga einwechseln. Den fand ich schon in den Testspielen super. Ich glaube, in Braunschweig hat... Der hat auch in Braunschweig gespielt, ne? Jan Friesner hat auch in Braunschweig gespielt. Auch gegen Adler Frintrop. Klar, jetzt kein namhafter Gegner. Hier spielt jetzt Rot-Weiß über die linke Seite. Leider die von mir aus gesehen entfernte Seite. Ich versuche jetzt zu zoomen. Wie gesagt, das ist ein bisschen schwierig. Aber jetzt machen wir das mal. Wenn der Ball da auf links ist. Rückpass auf Felix Wienand. Ball auf Mustico Ruma. Und der Ball jetzt. Langer Ball hier. Aber der fällt hin. Der Dienst lag nach. Und! Ball kommt rein! Tor für Rot-Weiß. 5 zu 0. Und wer wird hier bejubelt? Wonic. Jetzt wird hier gesagt, Wonic hat das Tor gemacht. Jetzt platzt der Knoten richtig bei Wonic. 0 zu 5. Jetzt durch Leonardo Wonic. Schöner Ball jetzt hier. Durchgespielt. Und da ist der Ball raus. Und das. 6 zu 0. Müsel. Müsel. Eine Minute auf dem Platz. Er freut sich nicht mal. Mensch, Torben. Auch gegen einen Bezirksligisten kann man mal jubeln, wenn man dann ein Tor macht. Hat sich super gemacht, meine Meinung nach. Müsel sagt hier. Der liebe Junge. Hat sich super gemacht. Die letzten Wochen. Ja klar, wenn man jetzt das dritte Tor im dritten Spiel nacheinander erzielt. Gegen HSV. Als er auch am Anfang ja bei uns jetzt angekommen ist, verpflichtet wurde. Gegen HSV. Aue 6 zu 0 jetzt für Rot-Weiß. Also ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster. Es läuft die 90. Minute. Es steht 6 zu 0 für unsere Rot-Weißen. Und ich sage gleich, gibt es einen Abpfiff und keine. Verlängerung wie in Bocholt, wo man auch bereits führte. Zwar nur mit 1 zu 0. Und da ist der Abpfiff. Der Schiedsrichterfeind am.